Servus Leute, willkommen zum nächsten Teil von Hidden in the Shadows. Ja, letztes Mal, erst mal gecheatet, dann runtergeflogen. Und jetzt gerade fast die Aufnahme gleich wieder abgebrochen. Jetzt erst mal hier hinten aufgemacht. Und keine Ahnung, wo ich hinlaufen soll. Geh nochmal rein. Ich glaube, den hier noch nicht getestet. Doch, habe ich auch. Was jetzt los war, weiß ich gerade nicht, weil einfach gerade meine Framerate weg war. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich zum anderen Haus muss. Jetzt laufe ich hier gerade einen richtigen, sinnlosen Weg rum. Geh davon aus, dass ich langsam dem Ende nahe komme. Und habe gerade dauernd Framerate-Einbrüche. Das ganze Spiel ist bis jetzt flüssig gelaufen. Jetzt kommt's. Oh, jetzt haben wir sogar noch größere Spasten hier. Alter, das leuchtet durch die Fenster rein. Nicht deren Ernst. Draußen ist es dunkel, das geht nicht mehr. Und jetzt legt's und leuchtet zu den Fenstern rein. Geht ja wohl nicht viel zu tun. Wenn alle Türen abgeschlossen sind. Nee. Nee. Nee, einfach nur überall. Nee. 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 Die Musik wird immer schlimmer. Okay. Ich muss nicht wirklich den Stuhl benutzen, um zur Tafel hochzugucken. Nee, da will ich nicht hin. Mein Gott. Das hat nichts mit der richtigen Weltkarte zu tun. Auch wenn ich so das Gefühl hatte, dass das Ding hier oben bis in Großbritannien spielen könnte. Wie viel leicht Deutschland sein könnte. Und hier Dänemark bis Mittelmeer, aber dann wäre hier ein Durchgang und das wird auch nicht passen. Ich weiß nicht, ob meine Maus zu sehen ist, ob meine Maus zu sehen ist oder ob nur der Cursor zu sehen ist, wo meine Maus ungefähr ist. Auf jeden Fall, wenn ich sie schnell bewege, dann habe ich zwei Cursor fersessiert. Jetzt sollte man es ganz kurz sehen. Ist auf jeden Fall jetzt erst mal egal, weil ich hier keine Ahnung habe, was ich tun soll. Ich habe gerade nur Lust auf so eine Scheiße gehabt. War klar, dass ich hier hin muss. Ich habe gerade mein Headset runtergeworfen. Schöner Leben, lass mich speichern. Nein. Nein. Wohin muss ich. Ich werde gejagd. Ich weiß nicht, wie ich hier muss. Tot. Tot. Oh. Das war so ziemlich der grüßlichste Teil bis jetzt. Meine Streichhölzer sind halt echt weggegangen dafür. LOL. Halluzinationen, aber meine Streichhölzer gehen weg. Ich weiß aber nicht mal, ob der halluciniert. Ich trau dem Game zu, dass das die Realität ist. Ich bin wieder so einer. Okay, tschüss, Junge. Ist das eine Axt? Nein, das ist keine Axt. So was war vorhin schon auch auf der Spüle. Nichts. Hier wieder ein Schraubenzieher versteckt. Nee. Sieht aus, als hätte hier jemand lecker gekocht. Ist ein Raum zum Weckerin, falls man verfolgt wird. Wenn ich nur die Vase anschau. Gut. Nehmen wir die Ecken hier. Nicht wirklich was los mit dem Raum. Aber erstmal Speicher ziehen. Ich hätte das Viech nicht anklicken dürfen. Lol, was ist das? Das ist neu. Ach, das... Das ist ein halber Typ ohne Kopf, ohne Unterkörper. Ach, so ist es. Ich glaube, ich habe fertig. Ist auf jeden Fall der letzte Teil, den ich jetzt heute auf... Nee. Oh, oh. Immer noch nichts. You are next. Und der Bildschirm flackert aus dem roten Rand. Lol, das Tischbein ergibt nicht wirklich Sinn, weil das Tischbein kann schlecht auf den eigenen Tisch leuchten. Genauso wie das hier. Ach, da kann ich ja nicht rein. Okay, tschüss. Einfach nur, okay, tschüss. Da will ich gar nicht mehr weiterlaufen. Pickt up a key. Ein Iron Key. Jawohl. Die Beschreibung. Bitte nicht so hardcore. Das war aber auf jeden Fall an Amnesia angelehnt. Amnesia. Ich denke, dass das von euch wahrscheinlich keiner kennt. Also entweder richtige Monster oder Puffer. Das sind dann die, die so explodieren und nur zu rauchen haben. Das sind die, die möchte gern gruselig sind. Jetzt habe ich aber noch einsteigert. Das muss ich mal aufheben. Stopp, 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 stopp. Ich hätte die einen gar nicht anzünden müssen. Tot, tot, tot. Woher muss ich? Tot, tot. Ich habe keine Lust mehr, ich habe keine Lust mehr. Ich will, ich will aus, ich will aus, ich will aus, ich will aus. Ich will einfach nur noch aus. Wo bin ich? Ich will aus, ich will aus, ich will aus. Ich will aus Mitten rein speichern Und das war auf jeden Fall meine komplette Aufnahmezeit für heute Ich denke Dass ich sehr nah am Ende bin Und dass ich weiß, dass das nicht nur meine Aufnahmezeit für heute ist Sondern auch meine Aufnahme Lust Die ganzen Teile von heute Das am Ende war jetzt nötig Sorry, ich muss mich gerade ein bisschen fassen Es war jetzt Scheiße Ist auf jeden Fall ein neues Game Ich empfehle es euch selber mal zu zocken Aber möglichst noch ein bisschen warten Nachdem ihr das angeschaut habt Sonst wisst ihr ja schon alles Auf jeden Fall sage ich jetzt Servus, bis zum nächsten Mal